so so ein wunderschön guten Abend liebe Leute und willkommen zu Dependent ich bin mal wieder live nachdem ich gestern eine Pause hatte und heute erst mal noch der Arbeit chillmarte bevor ich wieder streame ja ich denke wir machen so bis 1-2 Uhr auf jeden Fall um die täglichen Party-Bonus-Erfahrungen für den Überlebenden und Killer gleich in einem Stream zu bekommen also von heute und für morgen so äh wird erstmal ein bisschen überleben äh überleben ah ähm oder versuchen zu überleben und dann wenn wir jetzt die Kerle wechseln ich würde sagen erstmal eine halbe Stunde überleben oder mal schauen wie lange wir suchen müssen und dann äh spielen wir ja 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 killer ah ok ich hoffe wir finden noch relativ schnell was ah mal jetzt können wir so mal sehen wie lange ich haus hatte ob hat sie lange mehr geht es mittlerweile etwas besser morgen würde ich vielleicht Monster Hunter wieder spielen je nachdem wie es mir geht und wie ich Lust drauf habe ja gut war zu erwarten dass wir hier zu lange suchen müssen ich weiß nicht was ich sagen möchte oder noch sagen möchte jetzt in der Wartezeit aber ich denke die nächsten Tage könnte es etwas spontan werden mit dem Stream auch wenn ich eigentlich dranbleiben müsste bei den Spalt aber vielleicht würde ich das so machen dass ich einfach jetzt am Wochenende mehr Zeit damit verbringe und unter der Woche dann ist eher spontan werden mit dem Stream mal schauen ich weiß nicht was ich sonst noch sagen möchte ich weiß nicht ich weiß nicht oder wir haben jetzt wieder ein bisschen ein paar blutpunkte wirklich eher einen anderen überlebenden den wir hochpushen möchten ja gut wir haben doch was jetzt gefunden wir haben fünf minuten vielleicht nicht ganz fünf minuten jetzt was dafür gesucht geht eine ahnung aber schon alle bereit nice Anson. Vielen Dank. Ich werde jetzt immer überlegen, welche Rituale ich noch habe. Also das eine ist mit der kooperativen Zeit und das andere ist das mit dem Heim. Oh, Heimfeld. Wow. Ja, wir laufen direkt in den Keller rein. Wer hilft denn? Ja, wir laufen direkt in den Keller. Ja, wir laufen direkt in den Keller. Das ist echt nicht schlau. Ja, wir laufen direkt in den Keller. Ja, wir laufen direkt in den Keller. Ach, meine Güte. Ach, meine Güte. Oh, come on. Lass es sich an! Kommt er? In unserer Nähe? In unserer Nähe? Verdammt nochmal! ja okay klar was ist das immer wenn Chance gemacht da kommt David Ach man ey, jetzt ist euer Ernst Ja, die Fronten fangen schon wieder so an, wie ich es erwartet hatte Wo ich zu gar nichts komme Ja, jetzt wird's gerade durch Ach ja Das war's wieder ey Komm, ich komm bestimmt noch auf Rang 11 oder so Das war wieder nichts Äh Dann bin ich dann noch irgendwie Rang 12 oder so Ja, zumindest das habe ich Oh, der ist jetzt auch schon weg Schön Ja, wieder eins weniger Schön Ist ja richtig Pervers Rang 16 ist der Keller 10, 11, 14 Und dann muss so So Aussehen ey Keiner von denen hat geliehen der Zeit ey Was ist los mit den Survivern Richtig witzlos ey Die müssten das ganze überarbeiten Und dann hat es Und dann hat es Und dann hat es Na, haben wir das als Ersatzprogramm mit 2-Tab-Bindung? Ja. Brauche ich hier jetzt, aber sowas von. Oh, na, cool. Damit's noch schneller geht. Äh, nicht sind Nancy's Talente auch nicht wirklich so schlecht. Bei Nancy's... Nancy's Talente werden besser. Nichts, die ist immer der Betrager auf andere. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 No, John. Was there not a Chen somewhere? I thought there was a Chen somewhere. Nice. And I only have the one one. Oh, das ist so heiß. Ah, ich bin kommst du. So viel zu gemeinsam Gemeinsamkeit Das wird jetzt kritischer Was ist das? Wir sind in der Möcke jetzt hingelaufen Oder was haben wir... äh, wo sind die anderen jetzt? Oh, der liegt schon wieder Die Möcke Die Möcke Die Möcke Die Möcke Oh, shit! Das geht noch, oder? Wow! Nice! Natürlich werde ich am Ende noch bekommen Oh, sie lässt mich hier schlafen jetzt Danke Das ist sehr nett von einem Killer Gewesen Okay, da ein Punkt fehlt mir da jetzt noch Oh wow, ich hab mal wieder Plus gemacht, nice Krass Und ich konnte mal wieder kommen, unglaublich 13, ah, naja Jep Die Wörter Oder er wollte anscheinend die Trophäe haben Ach, Red Rank dabei, ja klar, okay Und was sehe ich denn da? Geliehen erzähl etwas bei jedem Aber ich war der Einzige der was geopfert hat, lol Und der was dabei hatte Okay Finde ich ja sehr gut Ich müsste jetzt noch nach unten machen Was soll ich auch tun, Werder? Ja Ja, da müsste ich das voll bekommen Ja, da müsste ich das voll bekommen Das ist mal 50 Sekunden Nein, das werde ich nicht mehr voll machen können Naja Die Zusätze habe ich verloren, oder was? Ja, das sieht so aus Na egal, ich muss die hier losfahren Wo waren wir nochmal? Ach, Spanienzie, genau Oh no Solidarität Oh ja, okay Ja Ja, gut Nehmen wir das 40 Ah, schön Da haben wir noch innere Kraft Was ist da? Neck Ja Niemand wird zurückgelassen Ja Und da wird mir die Karte verwirrt Und da wird mir ausgeschlagen Ach das ist eine schrotter Schrotter Ja gut Und gleich wieder mal nichts mehr Ähm Machen wir bei David noch weiter und dann ist zweit dran und danach genau doch relativ schnell eigentlich das zweimal mag uns fehlt da noch eine gelebene ich mach mal weiter das hätte ich jetzt gerne gehabt das sollte auch kommen oh und steve ist noch reingekommen ja cool prinz alpha das könnte ich ja nicht bei der krankenschwester auch das mit der trophäe versuch torte des grauens oh schön oh schön Das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. Was ist das andere dann? Ah, aufgezählte Hoffnung, genau. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Okay. Als ob sie so durchrutscht. Ja, genau. Ja, genau. Das war's für heute. 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 Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ah, come on! Das ist wirklich deine Erzsätze. Genau deswegen liebe ich die Scheiße. Wann bin ich so dumm geworden als so war, weil jetzt mal ohne Witz, ey. Oh, verdammt der Bohnen. Hatte nur Fluchttalente. Oh, scheiße. Oh. 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 Da hängt er immer noch. Da hängt er immer noch. Da hängt er immer noch. Da hängt er immer noch an. 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 Ja. Schade. Da hängt er immer noch an. 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 Da hängt er immer an. Da hängt es immer noch an. geschafft anna erfandert ob wir genau ruhe in der aufgeherzierte hoffnung das habe ich zerstört und verteufelt wohnen interessant so dass mit der kooperativen zeit müssen wir ein anders immer machen ich weiß nicht mache ich hätte vormittag noch ein bisschen der bedellert und dann monstern da muss ja schon ich würde jetzt bis jetzt zwei machen oder so keine ahnung so das hätten wir das wird schwierig jetzt kommen wir zu nörs das wird interessant 86 sekunden ich brauche nur 94 sekunden ich habe nicht mal die hälfte was nein ich wollte doch nicht zurückgehen ich würde das nur weg mal krankenschwester krankenschwester die hat nur das talent und nöt noch dazu nötchen wir mal weg dann haben wir genau die talente die wir brauchen bei ihr für die trofäer warum habe ich jetzt die rosen zerfallen moment passt das nicht zum outfit die asche frau ach so ach so ne ist der tod und scheidet ja das ist das schon gut ne finden wir es mal sehen also ich würde schon lange mal wieder den erst spiel ich glaube wirklich von allen kindern macht mir den erst denke ich am besten spaß am meisten spaß meine ich auch wenn ich sie überhaupt nicht spielen kann das sind ihre fähigkeiten irgendwie dich coolen fanden und so das mit dem teleportieren und so 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 mal schauen welche map es wird backwater sanft interessant ah, ich dachte wegen der Krähen Oh, nee Oh, das war zu voll Oh, das war zu voll Oh, das war zu viel Was war zu viel das ist ein bisschen gedauert aber ich habe sie es ja 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 Ah, das dauert jetzt viel zu lange. Das mit den Teleporten muss ich noch üben, ey. Das mit den Teleporten muss ich noch üben. Hä, war es denn nicht irgendwo was? Das mit den Teleporten muss ich noch üben. Das mit den Teleporten muss ich noch üben. Geht doch, meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. Ah, die wurde schnell runtergerührt. Was tut sie? 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 Das wird doch Sprünge sehen, gerade das ist das ist Ah! Oh, 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 oh. Ah! 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 Oh! Oh wow Grandius Willst du mich verarschen? Ey du fucking Klaude, ey! Meine Güte! Oh oh! Ah! 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 Oh, 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 oh. Nope. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Die müssen hier irgendwo sein. Die müssen hier irgendwo sein. Wo zum Teufel sind die zum... What the fuck? Die machen nur den Anschein gerade. Die müssen hier irgendwo sein. Die müssen hier irgendwo sein. Ich hasse so langsame... Die müssen hier irgendwo sein. Die müssen hier irgendwo sein. Die müssen hier irgendwo sein. Oh, das schafft sie es. Ja, wow. Weil die hanken alle so weit auseinander sind. Mann, der ist krass. Alles. Schaffe ich es jetzt bis zum nächsten Haken? Wenn ich mich richtig rühren könnte. Ey, was zerröst das, ey? Ja. 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 Ah, da ist der nächste, das hätte ich schaffen Tja, das hätte ich gehabt Oh, wow, die hat es tatsächlich geschafft Schade Was zu erwarten, ey Das ist ausgerordnet, die einer da rauskommt Schade, wäre zu schlimm gewesen Aber drei ist auch was Okay 12, 12, 11 und 5 Oha Das war Sand Was ist das jetzt? Was ist das? 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 Okay Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok Jetzt können wir aber wieder richtig spielen Ok 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 Das war's für heute. Ich hab gerade was gesehen. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab nur mehr gehört. Das war's für heute. Das war's für heute. Wow. Das war's für heute. Wow. 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 Wow! What the fuck are you doing? 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 No one! I've never gotten so much! Wow! Wow! That's a bad performance! Wahnsinn! Genau! 15, 12, 11, 7! Klar! Ja, klar! What the fuck, ey! So ne schlechte Runde hatte ich noch nie! Was ist denn was? Holen wir uns erstmal die Belohnung ab. Oh no, was er? Oh no, was er? Oh no, was er? Oh, Metatron's you go out! Nein! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Das sieht auch gut aus Epic Dinosaurman Jetzt haben wir den Opa Dinosaurant Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, vielleicht ist es früher Oh, der ist Gedenkinstitut Geil Oh, der ist Gedenkinstitut Nothing? Okay 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 Oh, da hinten Okay 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 Das ist jetzt schon eine Bündelwelle Trauer, gell wirklich Tschüss. Wie schnell können die Chance machen? Wahnsinn, oder? Wie schnell die unterwegs sind, ey. Da ist nichts, absolut gar nichts, boah, wird nur Zeit verschwindet. Ja, richtig egal, ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hä? Hä? Wow! Überall Krattspuren. Das wird langsam echt lächerlich. Das ist echt eine beschützende Map als Nurse. Wow, geil! Wir sind in der Ausgang zur... Ah, da vorne. Wow! Wow, jetzt am Ende. Wirklich. Das wird echt... Ich traue nur noch. Mit der Krankenschwester. Okay, die Mac ist beim anderen Ding rausgegangen. Lull. Lull. Einfach nur Tragik, die Runde. Ich habe nur am Ende jetzt wirklich Hits gemacht. Das war einfach nur eine beschissene Map. Was ist das? So. 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 Wie es aussieht, wären wir mit der Herausforderung nicht fertig. So lange wir dann erst spielen. So lange wir dann erst spielen. So lange wir dann resten spielen lassen. Ach, das sieht ja eh gehofft aus. Ness Arena Okay Ness Arena Mal schauen ob ich wieder so lang zu müde Vielleicht mach ich nur bis ans Mal schauen Mal schauen ob ich wieder so lang zu spüren Mal schauen ob ich wieder so lang zu spüren Mal schauen ob ich wieder so lang zu spüren Mal schauen ob ich wieder so lang zu spüren Ah das spüren wird Mal schauen ob ich wieder so lang zu spüren Mal schauen ob ich wieder so lang zu spüren Mal schauen ob ich wieder so lang zu spüren Was ist denn gelaufen Ich wollte nicht in den Keller Ey wie behindert war die Teleportation Oh wow ich steck fest Was zur Teile war das jetzt wieder Mal schauen ob ich wieder so lang zu spüren Mal schauen ob ich wieder so lang zu spüren Mal schauen ob ich wieder so lang zu spüren Mal schauen ob ich wieder so lang zu spüren Mal schauen ob ich wieder so lang zu spüren Meine Güte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow! Ich hab mal was getroffen, unglaublich, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Treffer, wow Ein verdammter Treffer Wie zur Hölle? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Also das mit der Nurse Herausforderung bzw. die Trophäe für den Nurse zu bekommen wird, extrem hardcore schwierig, wie es aussieht. Ich falle immer weiter zurück, ey. Geil. Wie habe ich so viele Blutpunkte bekommen? The fuck? Die Tote des Grauns. Aber 14 und 15. Ich verstehe das nicht. Ich bin Rang 13, ey. Ich war Rang 12 als Killer. Und dann habe ich solche Runden. Dann habe ich als Werber Killer, die... Ähm... Bester Rang 16 sind oder so und tausendmal besser spielen als ich. Das ganze Rangsystem hier ist einfach nur... Unlogisch. Eine... Komm, eine letzte Runde, das machen wir noch. Danach interessiert es mich nicht mehr. Das ist schwerer als gedacht. Ne, ich dachte schon, dass es schwieriger wird, aber dann hatte ich die erste Runde da, wo ich fast alle bekommen habe. Und ich habe schon mal ein bisschen gespielt als Nass. Ich weiß nicht, warum das nicht klappt, aber ich vermute mal... Der Kontrolle fangt mich zu sehr ab. Fasendrops. Oho. Zweimal Felix? Ok. Musik ohne TV Interessante Name Musik 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 Was ist das? Macmillan anwesend Aaaaah fast Wo ist er jetzt hingelaufen? Wieder zurück Ah, ich lebe es Könnt schon wieder so lachen Tja, die habe ich Nicht mal wieder jemanden am Haken Ah, da wurde gerade jemand fertig Ah, komm Felix, ich verfolge dich Ah, ich lebe es Niemand? Das gibt es doch nicht Das ist das schon wieder die Kladette Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Ja, das ist das Das ist das Was war das gerade? Was Zähle Das ist das 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 Was Geht doch Wow Einfach nur wow Geil, einen Hook Was war das jetzt? Was? 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 Okay, die lässt sich freiwillig opfern Cool Nice, zumindest ein Opfer Das war Was? 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 Das bekommen wir nicht hin Gerade Schade Boah, ich weiß nicht, ob ich Schiffe Ah, zwei Red Ranks und zwei Grüne Klar Dass es dann so aussieht Aber sie hat sich freiwillig davon lassen Ja, cool Ein Star bei Rettungsaktionen Ah, ja Tom Ah, ja Ah, ja Ich glaube es ist doch noch etwas zu früh über etwas anderes zu zocken Weil bei Mozart, da würde ich schon gerne, wenn es möglich ist, mehrere Stunden spielen Also ich weiß nicht, ob ich das schaffe Ähm Ja, wenn wir sehen Ich denke, ich werde heute auf jeden Fall der Bedell noch mal spielen Aber das ist schon wieder Samstag Und wenn es mehr besser geht, dann wird es auf jeden Fall wieder Monster Hunter geben Das würde ich doch gerne demnächst wieder anpacken, weil ich mit Inherer unbedingt, äh, die eine Quest machen wollte Die vom Film Okay, aber jetzt mehr läuft dann in Ich weiß noch nicht, wann ich, äh, später wieder live gehen werde Aber Ich vermute mal Jetzt werde ich mit am Tag Wäre da in der Früh Ich weiß nicht Ich werde es dann sehen Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht Und bis zum nächsten Stream Und bis zum nächsten Mal